Hallo und herzlich willkommen zurück! Neue SPC bzw. Ultimate Scream ist vorbei. Wir machen heute tatsächlich weiter geht's! Wir machen heute weiter geht's. Ich will euch zeigen, wie weiter geht's zum Beispiel funktioniert. Dafür habe ich mir jetzt vier Stück rausgesucht. Hier habe ich zum Beispiel eine englische Liga genommen. Und zwar Sonders. Sonders, der spielt in Dritte Liga bei Wimbledon. Hat 150 gekostet. Dazu nimmt er hier Surbeni. Geiler Name. Ist tatsächlich England 1, ein Deutscher. Wichtig hierbei ist, dass hier eben ein Engländer ist. Und hier oben ein Deutscher, weil hier unten sind halt in Vlager zwei Engländer. Im Mittelfeld sind zwei Deutsche. Dementsprechend macht es Sinn, einen Deutschen in England zu nehmen. Kann auch England 2. Liga, 3. Liga, 4. Liga sein. Und unten halt in England da. Ich habe mich dazu entschieden, halt so zu machen. Weil ich so den Squad oben zu England 3 hatte. Hat er halt ganz gut gepasst. Ich hätte jetzt auch England 2 nehmen können. Der wäre vielleicht von der Chemie noch höher gewesen. Und hier oben war halt völlig random. So, absenden. Kriegen wir Trainingsobjekte. RF zu RS. Lustigerweise, wer jetzt natürlich schon kennt die zweite SPC, weiß, wofür ich die jetzt gleich brauche. Leider nicht zum Ausgeben. Wir brauchen jetzt hier. Wir brauchen nämlich RS. Und die funktionieren wir jetzt um. Zack, zack. Kann man euch auch verkaufen. Bringt aber nicht ganz so viel. Gehen einmal raus. Damit es aktualisiert. Gehen wieder rein in korrekte Position. Und sehen, wir haben Team Chemie 11. Willst du mich jetzt veraschen, oder was? Was ist das denn? Okay. So funktioniert das dann doch nicht so einfach. War jetzt blöd. Dann brauchen wir Österreicher. Österreicher. Probieren wir es nochmal. Kostet jetzt ein bisschen was, aber egal. RF zu RS. Österreich, Österreich, Österreich. Wir machen es uns einfach. Und zwar... Österreich. Kommt bei O natürlich. Österreich, 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 Österreich. Da war es. Ganz unten. Österreich. Ich glaube, mit ihm werde ich nicht so glücklich. Nationalitäten 3. Ach. Das ist ein Scheiß. Ich muss auf die Liga gucken. Österreichische Liga. Okay. Verstehe. Österreichische Liga. Österreich. 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 Austria. Das ist Australien. Sieht fast genauso aus. gibt es ja auch. Österreich. 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 Schweiz gibt es ja auch. Skottisch. Südafrika. Österreich. Bundesliga Österreich. Da ist es doch. habe ich irgendjemanden. Der bringt wahrscheinlich eher was. liegen genau drei. Jetzt wird es langsam nervig, diese SPC. Weil normalerweise nimmt man drei Random Spiele, macht die LS zu RS und es funktioniert. So kann ich es. Deswegen war es jetzt auch ziemlich überraschend, dass es eben nicht geklappt hat für mich. Was haben wir sonst an LS? Was haben wir noch an LS? Ja, LS ist so eine Position, kein Mensch braucht sie. LF. Frankreich. Zweite Liga. Dann. Gucken wir. Ich habe jetzt natürlich 600 Münzen gerade nur. Super. Shop. Bronzepack. Vielleicht ist ja was drin. Vielleicht haben wir ja Glück. Mal gucken. Haben natürlich kein Glück. Mal. Irgendwie klar. Ich habe es mir schon irgendwie gedacht. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Favoriten. Weiter geht's. Habe ich hier einen deutschen. Weil in der deutschen Liga habe ich ja jetzt die meisten. Deutsche zweite Liga, deutsche dritte Liga vielleicht. Ich schließe erstmal das andere ab, damit ich mir jetzt keinen hier verbaue. Perfekte Verbindungen. Funktioniert. Habe ich mich entschieden für die dritte Liga. Hatte ich, glaube ich, sogar Spieler schon gehabt. Können wir mal gucken. Terrence Boyd hat 150 gekostet. Ziele hat gar nichts gekostet anscheinend. 150. Rota 150. Straight 150. Iter 150. Damit war das ziemlich günstig. Und können auch das hier abschließen. Go. Nice. So, jetzt guck mal hier. Zwei Spieler. Vielleicht. Was, was ich brauche. Vielleicht zweimal dasselbe Land. Deutsche Liga. Und. Norwegische. Okay. Könnte vielleicht klappen. Jetzt Footzentrale. Müsste jetzt was sein. Ach, war jetzt hier unten. Hab nicht auf R2 gedrückt. Okay. Verstehe. Also geht's weiter. SPC. Ja, zurück zu weiter geht's. Und treu, Jungs. Hab ich. Liegen genau treu. Auch nicht. Ich hatte es doch gemacht. Frankreich 1, Frankreich 3. Okay. Ich hätte eigentlich alles gelöst. Und auf einmal funktioniert es nicht mehr so, wie ich es mir vorgenommen habe. Finde ich auch so schön. Franzose. Ich hatte es nicht mehr so, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich hatte es nicht mehr so, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich hatte es nicht mehr so, wie ich es mir vorgenommen habe.